Hallo? Was haben Sie denn raus? Ein Gartenhaus. Gartenhaus? Ist leider nicht richtig. Nächster? Nichts sagen. Ob man es wirklich kann oder nicht. Sind Euro sicher? Wer hat die Antwort? Ich brauche jetzt jemanden. Mir ist schon ganz schlecht. Das kann einfach nicht sein. Ich frage hier vier Tiere ab, habe selber nur eins. Zwei. Stimmt. Das eine da oben auch noch. Sitzen darf, ist schon viel gemacht. Aber hei. Hei, 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 hei. Also, ich habe nur zwei Tiere. Weil ich kann nicht mal mehr als zwei finden. Das ist unglaublich. Von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts oder unten nach oben. In alle Richtungen ist es erlaubt. Nur nicht diagonal und nicht um die Ecken. Ich weiß auch nicht. 01379 696969. Lässt die Lust irgendwann. Da hat man irgendwann keinen Bock mehr drauf. Also, wenn ich jetzt nicht hier drin gefangen wäre, würde ich als Zuschauer, nachdem ich zwei Tiere habe, mehr kriege ich nämlich nicht hin, umschalten, weil es mich irgendwann ärgert. Jetzt muss ich natürlich, weil ich hier auf der anderen Seite bin, hoffen, dass ein überhaupt das Spiel knacken. Das ist jetzt die große, wichtige, entscheidende Aufgabe. Was kommt da überhaupt raus? 3.000 Euro und 15 verschiedene Möglichkeiten für Sie. Ich warte. Wenn Sie jetzt anrufen, kann es jetzt klingeln. Probieren Sie es mal aus. Sie werden sehen, Sie bekommen immer eine Leitung zugeteilt. Auch wenn Sie gar keine wollen, bekommen Sie eine. Es kann jeden Augenblick die 2, 7, 16, 24, bla 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 bla. Eine von denen da oben. Ruft an. Bei mir sagt auch die Regie hier gar nichts. Also, nichts. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand. Es geht ja nichts mehr, was ich hier verändern kann. Dann spreche ich jetzt gleich. 01379 696969. Schauen Sie mal meine neuen Schuhe. Mir ist schon so langweilig, dass ich Ihnen meine Füße zeige. Obwohl ja immer die Füße eigentlich unter Verschluss gehalten werden. Ich weiß nicht, dass Sie jetzt mal sehen können. Vielen Dank. Vielen Dank.